Autsch! Schnell weg hier! Und... Und... Hilfe, da ist hier noch einer! Schnell, geh weg! Oh nein! Und hoch teleportieren! Und hoch! Oh Gott, oh Gott, hier sind ja noch welche! Geht weg, ihr fieses Sonnenpriester! Und zack! Schnell weg hier! Hey, böse Killersonne! Zack! Und rüber teleportieren! Und auf Mount Muji! Na los! Es funktioniert nicht mehr! Ja, und... Und so! Und so! Und zack! Und... Haha, ich bin oben! Und jetzt werde ich mich zu dir teleportieren! Hä? Nein! Wo ist der Zauberstab? Ich hab ihn aufgebraucht! Nein! Nihihihaha! Ikki, dein Zauberstab ist weg! Jetzt kannst du mich nicht mehr finden! Nihihihaha! Du fiese Sonne! Nein! Ich hab den Zauberstab aus Versehen aufgebraucht, Schaf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was soll ich jetzt tun? Oh nein, Leute! Schnell weg hier! Nihihihaha! Her geblieben, Ikki! Ich fresse dich auf! Ah! Weglaufen, Leute! Schnell, bevor die Sonne noch kommt! Oh! Schnell, 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 schnell! Nihihihi! Hier verstecken! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh! Ist die Luft rein? Okay! Okay, ich glaub, die Sonne geht gerade unter! Super! Oh, der Lunamond kommt auch hoch! Oh, das ist eine gute Idee! Gute Idee! Oh! Okay! Hier rüber laufen! Zack! Okay, die Sonne geht gerade unter! Oh nein, Leute! Ich wollte mich geradezu hier hoch teleportieren! Och, Meno, wir verstecken uns mal hier! So! Und hey, Freunde! Freut mich wirklich mega, dass du wieder eingeschaltet hast! Vergiss auf jeden Fall nicht jetzt schon mal, den Kanal hier zu abonnieren! Und dreckst du immer auf die Glocke zu rücken, damit du ein Teil der Icky-Army wirst! Der coolsten Army auf ganz YouTube! Das würde mich super duper freuen! Und das würde mich auch freuen, wenn du dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben könntest! Also ein Like da lässt! Und wenn auch du hier in den Kommentaren angezeigt werden möchtest, dann schreib einfach jetzt ein liebes Kommentar! Zum Beispiel Icky-Army oder so! Und dann kann ich dich auch einblenden! Okay, Leute! Wir müssen jetzt mal nachschauen, ob die böse Sonne jetzt schon untergegangen ist! So, wir klettern mal ganz kurz dafür hier hoch! So! Okay! Die böse Sonne geht gerade unter! Sehr gut! Das ist unsere Chance! Wir haben noch einen Tag Zeit, bevor die Sonne die komplette Erde zerstört! Also, wir müssen jetzt schnell zum Lunamoon laufen! So! Zack! Und zack! So! Lunamoon! Hey! Kannst du mit uns reden? Icky! Du musst die Sonne aufhalten! Das Herz der Sonne ist in Lukis Keller versteckt! Finde es! Das Herz der... Das Herz der Sonne ist in Lukis... ...Keller versteckt? Ich weiß, wo Lukis Keller ist! Wir können da schnell hinlaufen! Leute! Lasst uns da ganz schnell hinlaufen! Er hat gesagt, dort ist das Herz der Sonne versteckt! So können wir sie vielleicht besiegen! Das ist eine super Idee! Dankeschön, Lunamoon! So! Ganz schnell, Leute! Wir müssen da ganz schnell hinlaufen! Hepp! So! Das Herz der Sonne! Boah! Das klingt ja richtig cool und spannend! Alter! Vielleicht können wir das zerstören! Und dann ist die Sonne auf jeden Fall weg! So! Da vorne ist auch Lukis Haus! Und zack! Und wir laufen jetzt einfach zu Lukis Häuschen! Okay! Ist das Herz der Sonne etwa hier? Nein! Das ist nicht hier! Hm! Wo könnte das Herz der Sonne sein? Es muss ja irgendwo hier drin sein! Zack! Wir schauen mal im Keller nach! So! Äh! Äh! Hä? Die Tür ist ja abgeschlossen! Die war doch vorher noch nie zu! Und zack! Ah! Die ist geöffnet! Hm! Leute! Aber da war es wohl nicht drinne! Vielleicht hier? Hm! Herz der Sonne! Bist du hier? Herz... Da ist eine Kiste! Sollen wir mal in diese Kiste nachschauen, Leute? Okay! Ich schaue jetzt mal in die Kiste nach! So! Zack! Sonnenfragment! Das könnte es sein, Leute! Ein Sonnenfragment! Das ist ein Stück von der Sonne! Vielleicht... Ja! Das sieht auch aus wie ein Herz! Oh! Super, Leute! Ich habe eine gute Idee! Wenn wir das zerstören, dann ist die Sonne für ein für alle Mal besiegt! Dann rennen wir mal ganz schnell raus! Zack! Tür zu! Und wir schmeißen es mal von ganz oben runter! So! Hey! Luna Moon! Ich habe das Herz der Sonne gefunden! Hey! Du bist ja jetzt ganz oben im Himmel! Bevor die Sonne wieder von da auftaucht, verrat mir bitte, wie ich es kaputt machen kann! Du musst es zerstören! Nur dann kannst du sie besiegen! Zerstören! Okay! Dann habe ich eine super gute Idee! So! Wir gehen jetzt erstmal hier hin! So! Und ich kletter mal hier ganz weit hoch auf einen Baum! Und hepp! Und schmeiß es jetzt runter! Und ha! Geh kaputt! Nein! Es geht einfach nicht kaputt, Leute! Was soll ich tun? Okay! Dann schmeiße ich das mal hier ganz weit oben ins Feuer! Wo ist es hin? Es ist wohl kaputt gegangen im Feuer! Habe ich es jetzt geschafft, Leute? Es ist für immer kaputt gegangen! Luna Moon? Hat es geklappt? Hey! Luna Moon! Hat es geklappt? Nein! Im Feuer kannst du die Sonne nicht besiegen! Sie besteht doch aus Feuer, Icky! Denk doch mal nach! Okay! Tut mir ja leid, dass ich nicht alles weiß! Okay! Wo ist es dann aber jetzt hin? Oh! Es ist kaputt gegangen! Nein! Es ist zu... Herz! Herz der Sonne! Ich habe es gefunden! Es hat sich jetzt geöffnet, Leute! Jetzt verstehe ich! Ach so! Wir mussten das so öffnen! Und dann ist jetzt... Ich habe es jetzt in der Hand! Vielleicht geht es ja jetzt kaputt! So! Von ganz weit oben runterschmeißen! Von dem Baum da! Der ist ziemlich hoch! So! Hep! Und nochmal runterschmeißen! Und zack! Und... Geh kaputt! Oh Mann! Es geht nicht kaputt! Geh kaputt, du fieses, doofes Herz! Pe-pe-pe-peng! Und so! Nein! Es... Es geht einfach nicht kaputt! Hm! Na gut! Dann habe ich eine andere Idee! Dann fragen wir mal Licks Roboter, ob der uns helfen kann! So! Wir gehen einfach mal dazu in Licks Haus! So! Zack! Und zack! Und gehen in Licks Geheimversteck! Leute! Jetzt müsst ihr aber alle ganz ruhig sein! Das ist nämlich ein Geheimversteck! Und da darf keiner wissen, dass wir da runter gehen! Der Lunamoon darf das auch nicht wissen! Und auch nicht die böse Sonne! So! Und runter! So! Tür zu! Na los! Geh zu! Nein! Es klappt nicht! So! Und dann gehen wir hier runter! Tür auf! Das ist das Geheimversteck, Leute! Also alle ganz leise und pssst! Jetzt geht's los! Hey! Roboter von Licks! Ich habe hier das Herz der bösen Sonne! Und die möchte morgen die Stadt kaputt machen! Und da geht jetzt der Lunamoon unter! Und da geht die böse Sonne hoch! Hast du eine Idee, wie wir die böse Sonne besiegen? Mit einem Schrumpfstrahler? Wo ist der denn hier? Ist der hier irgendwo? Schrumpfstrahler! Wo ist der denn? Hier! Schrumpf... Oh Gott, oh Gott, Leute! Wir können damit die Sonne vielleicht schrumpfen! Und zwar, wenn wir auf die Zielen so und Peng machen, dann wird sie geschrumpft! So groß wie eine Erbse! Oh ja! Das wird super cool! Dankeschön! So, dann gehen wir jetzt mal hier rein! Und hochkatapultieren! Wow! Autsch! Okay, wir versuchen es aber von hier! Und wir schmeißen jetzt hier die Sonne, das Herz der Sonne runter! Und geht kaputt! Und es ist kaputt! Es ist kaputt gegangen, Leute! Autsch! Oh nein! Es geht einfach nicht kaputt! Okay, dann bleibt uns wohl keine andere Wahl, als es... Wie komme ich jetzt hier rüber? Oh Gott, oh Gott, wie komme ich hier rüber? Und ja! Ich komme hier nie wieder weg! Oh! So! Wir müssen es jetzt kaputt machen, irgendwie! Mit dem Schrumpfstrahler! Okay, dazu laufe ich jetzt einfach mehr hier runter! So! So! Und so! Okay! Okay, hier wird es funktionieren, Leute! Hier platze ich jetzt das Herz der Sonne! Wir zählen jetzt mit dem Schrumpfstrahler! Und... Bang! Ah! Hä? Da! Da ist ja die böse Killersonne! Es hat funktioniert! Wenn wir jetzt mal mit ihr reden sollen, dann gebt mal alle dem Video einen Daumen nach oben! Wenn jetzt jeder von euch einen Daumen nach oben gibt, dann klappt das jetzt! Okay? Habt ihr es alle getan? Super, Leute! Du feese Sonne! Sprich mit mir! Nihihi, haha! Ich bin super groß! Bist du nicht, du dumme Sonne! Du bist ganz klein! So klein wie ein Fußball! Hä? Du... Du hast recht! Oh nein! Nihihi, haha! Icky! Werf mich sofort wieder groß! Na los! Mach mich groß! Haha! Ah, du dumme Sonne! Da bist du jetzt ganz klein! Was tust du jetzt? Ha, 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 ha! Und... Hey, Freunde! Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und was ich jetzt mit der Sonne anstelle, dann abonniert jetzt den Kanal, drückt rechts immer auf die Glocke, damit ihr das Video morgen nicht verpasst. Das wird jetzt super, super lustig! Wir haben die Sonne geschrumpft! Es hat funktioniert! Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaltet morgen unbedingt wieder vorbei, schaut euch jetzt unbedingt meine alten Videos an und bis morgen! Tschüssi, Freunde! Tschüssi! 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 Bis zum nächsten Mal.